Vorwort. Liebe. Leser bzw. Zuhörer. Ich freue mich, Ihnen dieses Buch über Ernährung vorstellen zu dürfen. Unser Alltag ist voller Informationen über Nahrungsmittel und Ernährungsweisen. Doch mit all den widersprüchlichen Ratschlägen und Modetrends kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten und fundierte Entscheidungen für eine gesunde Ernährung zu treffen. Dieses Buch wurde geschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Grundlagen der Ernährung einfach zu verstehen. Es richtet sich an die breite Masse, an all jene, die sich für ihre Gesundheit interessieren und klare, verständliche Informationen suchen. In den kommenden Kapiteln werden wir uns mit den Grundlagen beschäftigen. Ich erkläre, was Kalorien sind und warum sie wichtig sind. Wir besprechen die verschiedenen Makronährstoffe und wie Sie eine ausgewogene Ernährung sowie Training sich selbst mit dem hier vermittelten Wissen zusammenstellen können. Es ist mein Ziel, Ihnen in diesem Buch leicht verständliche Informationen über Ernährung zu vermitteln. Sie werden keine komplizierten Fachbegriffe finden, sondern praxisnahe Ratschläge, die Sie in Ihrem Alltag umsetzen können. Ich hoffe, dass dieses Buch Ihnen dabei hilft, eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu erreichen. Viel Freude beim Lesen oder Hören und viel Erfolg auf Ihrem Weg zu einem gesünderen Leben. Herzlichst, euer Graf von Falkenstein. Kapitel 1 Einführung in Kalorien Was sind Kalorien? Kalorien sind eine Maßeinheit für Energie. In Bezug auf Ernährung sind sie die Energie, die unser Körper aus den Nahrungsmitteln gewinnt. Unser Körper benötigt Energie für lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Stoffwechsel und Bewegung. Kalorien werden durch die Verbrennung von Nahrung freigesetzt. Wenn wir Nahrung essen, wird sie verdaut und die enthaltenen Nährstoffe werden in Energie umgewandelt. Diese Energie wird in Form von Kalorien gemessen. Die Menge an Kalorien, die wir täglich benötigen, variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und Aktivitätsniveau. Wenn wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen, speichert unser Körper die überschüssige Energie als Fett. Wenn wir weniger Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen, nutzen wir die Fettreserven unseres Körpers und können Gewicht verlieren. In den kommenden Kapiteln werden wir genauer auf die Energiebilanz eingehen und lernen, wie wir unseren individuellen Kalorienbedarf ermitteln können. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Qualität der Nahrungsmittel ebenfalls eine Rolle für unsere Gesundheit spielt. Lassen Sie uns gemeinsam tiefer in das faszinierende Thema der Kalorien und ihrer Rolle in unserer Ernährung eintauchen. Kapitel 2 Kalorienbedarf von Durchschnittsfrauen und Durchschnittsmännern in Deutschland Der Kalorienbedarf kann je nach Geschlecht, Alter, Gewicht und Aktivitätsniveau variieren. Im Durchschnitt haben Frauen und Männer unterschiedliche Energieanforderungen. Hier sind geschätzte Werte für den durchschnittlichen Kalorienbedarf von Frauen und Männern in Deutschland. Durchschnittlicher Kalorienbedarf für Frauen in Deutschland Sedentärer Lebensstil Wenig oder keine körperliche Aktivität Etwa 1800 bis 2200 Kalorien pro Tag Leicht aktiver Lebensstil Leichte Bewegung oder Büroarbeit Etwa 2200 bis 2400 Kalorien pro Tag Mäßig aktiver Lebensstil Regelmäßige Bewegung oder leichter Sport Etwa 2400 bis 2800 Kalorien pro Tag Sehr aktiver Lebensstil Intensive körperliche Aktivität oder Sport Etwa 2800 bis 2200 oder mehr Kalorien pro Tag Durchschnittlicher Kalorienbedarf für Männer in Deutschland Sedentärer Lebensstil Wenig oder keine körperliche Aktivität Etwa 2200 bis 2600 Kalorien pro Tag Leicht aktiver Lebensstil Leichte Bewegung oder Büroarbeit Etwa 2600 bis 2800 Kalorien pro Tag Mäßig aktiver Lebensstil Regelmäßige Bewegung oder leichter Sport Etwa 2800 bis 3200 Kalorien pro Tag Sehr aktiver Lebensstil Intensive körperliche Aktivität oder Sport Etwa 3200 bis 3800 oder mehr Kalorien pro Tag Diese Schätzungen basieren auf dem Durchschnitt und dienen als Ausgangspunkt für die Berechnung des Kalorienbedarfs Um eine genauere Schätzung zu erhalten können individuelle Faktoren wie Alter, Gewicht, Körperzusammensetzung und Aktivitätsniveau berücksichtigt werden Es ist wichtig zu beachten, dass der Kalorienbedarf nicht starr ist und sich im Laufe des Lebens ändern kann Schwangerschaft, Stillzeit, Krankheit oder Verletzungen können den Energiebedarf beeinflussen Die Überwachung der eigenen Nahrungsaufnahme und die Beachtung von Hunger und Sättigungssignalen können ebenfalls dazu beitragen den individuellen Kalorienbedarf besser zu verstehen und anzupassen Denken Sie daran, dass dies nur Richtwerte sind und es wichtig ist, auf Ihren eigenen Körper zu hören und Ihre Ernährung entsprechend anzupassen Wenn Sie abnehmen möchten, spielt die Beziehung zwischen Kalorien und Körpergewicht eine wichtige Rolle Um Gewicht zu verlieren, müssen Sie ein Kaloriendefizit schaffen indem Sie weniger Kalorien zu sich nehmen, als Ihr Körper verbraucht Wenn Sie mehr Kalorien aufnehmen, als Ihr Körper verbrennt speichert er die überschüssige Energie in Form von Fettreserven Umgekehrt, wenn Sie weniger Kalorien zu sich nehmen, als Sie verbrauchen beginnt Ihr Körper, diese Fettreserven als Energiequelle zu nutzen und Sie nehmen ab Es ist wichtig zu beachten, dass ein gesundes und nachhaltiges Gewichtsverlustziel eine moderate Kalorienreduktion beinhaltet Eine zu drastische Reduzierung der Kalorienzufuhr kann zu Mangelernährung und anderen gesundheitlichen Problemen führen Es wird empfohlen, ein Kaloriendefizit von etwa 500 bis 1000 Kalorien pro Tag anzustreben um einen langfristigen und gesunden Gewichtsverlust zu erreichen Zusätzlich zur Kalorienkontrolle ist es auch wichtig, auf die Qualität der Nahrungsmittel zu achten Eine ausgewogene Ernährung, die reich an nährstoffreichen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, magerem Protein und Vollkornprodukten ist, kann dazu beitragen, Ihren Nährstoffbedarf zu decken und gleichzeitig das Kaloriendefizit beizubehalten Es ist auch ratsam, körperliche Aktivität in Ihre Gewichtsabnahmestrategie einzubeziehen Durch regelmäßige Bewegungen können Sie nicht nur zusätzliche Kalorien verbrennen sondern auch Ihre Muskelmasse erhalten und Ihren Stoffwechsel ankurbeln Denken Sie daran, dass jeder Körper einzigartig ist und dass Gewichtsverlust ein individueller Prozess ist Es kann hilfreich sein, einen professionellen Ernährungsberater oder Arzt zu konsultieren um Ihren persönlichen Kalorienbedarf und die beste Vorgehensweise für Sie zu ermitteln Die Beziehung zwischen Kalorien und Körpergewicht ist ein wichtiges Konzept das Ihnen helfen kann, Ihre Gewichtsabnahmeziele zu erreichen Durch ein ausgewogenes Kaloriendefizit, kombiniert mit gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität können Sie den Weg zu einem gesunden Gewichtsverlust ebnen Kapitel 3 Wie nehme ich richtig ab? Die Dokumentation macht's In den ersten Tagen und Wochen einer Gewichtsabnahmereise kann es verlockend sein sofort drastische Veränderungen an Ihrer Ernährung und Ihrem Lebensstil vorzunehmen Doch es kann sinnvoll sein, zu Beginn eine etwas andere Herangehensweise zu wählen In der ersten Woche empfehle ich Ihnen, nichts an Ihrer Ernährung oder Ihrem Aktivitätsniveau zu ändern Nutzen Sie diese Zeit stattdessen, um ein Bewusstsein für Ihren aktuellen Zustand zu entwickeln Wiegen Sie sich jeden Tag der Woche, idealerweise zu derselben Zeit und unter ähnlichen Bedingungen und notieren Sie Ihr Gewicht Indem Sie jeden Tag Ihr Gewicht notieren, erhalten Sie einen Einblick in die natürlichen Schwankungen Ihres Körpergewichts Beachten Sie, dass Ihr Gewicht von Tag zu Tag variieren kann, abhängig von Faktoren wie Flüssigkeitszufuhr, Verdauung und Hormonen Nach diesen ersten sieben Tagen können Sie den Durchschnitt Ihrer gewogenen Werte berechnen Addieren Sie die Gewichte der sieben Tage zusammen und teilen Sie die Summe durch sieben, um den Durchschnitt zu ermitteln Dieser Durchschnittswert wird Ihnen einen realistischeren Ausgangspunkt bieten, da er die natürlichen Schwankungen ausgleicht und Ihnen einen Basiswert für Ihren Gewichtsverlust gibt Nach dieser Woche können Sie beginnen, kleine, schrittweise Veränderungen in Ihre Ernährung und Ihren Lebensstil einzuführen Setzen Sie realistische Ziele und machen Sie sich bewusst, dass nachhaltiger Gewichtsverlust Zeit und Geduld erfordert Denken Sie daran, dass Gewichtsverlust ein individueller Prozess ist und dass jeder Körper unterschiedlich reagiert Indem Sie sich in der ersten Woche einfach beobachten, Ihr Gewicht täglich notieren und den Durchschnitt ermitteln Legen Sie eine solide Grundlage für Ihren Gewichtsverlust Es ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer gesunden und nachhaltigen Veränderung Kapitel 4 Der Wert von 300 Gramm pro Woche Geduld führt zum Erfolg Manchmal kann der Gedanke an einen langfristigen Gewichtsverlust entmutigend erscheinen Doch es ist wichtig zu verstehen, dass selbst kleine Veränderungen im Laufe der Zeit große Ergebnisse bringen können Das Erreichen eines Gewichtsverlusts von 300 Gramm pro Woche mag auf den ersten Blick wenig erscheinen Aber lassen Sie mich Ihnen zeigen, warum es eine beeindruckende Leistung ist Stellen Sie sich vor, Sie verlieren konsequent 300 Gramm pro Woche In einem Jahr wären das über 15 Kilogramm Das ist ein erheblicher Gewichtsverlust, der einen deutlichen Unterschied in Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden bewirken kann Und das Schöne daran ist, dass Sie es erreichen können, ohne extrem strenge Diäten oder übermäßig anstrengende Trainingsprogramme Die Bedeutung von Geduld und Nachhaltigkeit sollte nicht unterschätzt werden Wenn Sie sich realistische Ziele setzen und sich auf einen langsamen, aber stetigen Gewichtsverlust konzentrieren Haben Sie eine viel größere Chance, Ihr Zielgewicht langfristig zu halten Warum ist eine moderate Gewichtsabnahme so effektiv? Nun, eine zu schnelle Gewichtsreduktion kann zu Muskelverlust, Stoffwechselverlangsamung und anderen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit führen Durch eine moderate Gewichtsabnahme von etwa 300 Gramm pro Woche geben Sie Ihrem Körper die Möglichkeit, sich anzupassen und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln Denken Sie daran, dass Gewichtsverlust nicht nur auf der Waage stattfindet Sie werden auch positive Veränderungen an Ihrem Körper feststellen, wie zum Beispiel eine Verbesserung Ihrer Körperzusammensetzung und eine erhöhte Energie Um 300 Gramm pro Woche zu verlieren, müssen Sie ein moderates Kaloriendefizit schaffen Das kann durch eine Kombination aus gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität erreicht werden Es geht darum, kleine, nachhaltige Veränderungen in Ihrem Lebensstil vorzunehmen, wie zum Beispiel die Wahl von nährstoffreichen Lebensmitteln Die Steigerung Ihrer körperlichen Aktivität und die Kontrolle Ihrer Portionsgrößen Es ist wichtig, sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen Es wird Zeiten geben, in denen der Gewichtsverlust langsamer ist oder sogar zum Stillstand kommt Das ist völlig normal und Teil des Prozesses Bleiben Sie geduldig, halten Sie an Ihren gesunden Gewohnheiten fest und geben Sie nicht auf Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg Konsistenz Kapitel 5 Wie verfahre ich nach der ersten Woche? Nachdem Sie nun den Durchschnitt Ihres Ausgangsgewichts ermittelt haben, können Sie Ihren wahrscheinlichen Kalorienbedarf anhand der in Kapitel 2 genannten Sparte auswählen Wenn Sie beispielsweise eine Frau sind, die eine leichte körperliche Aktivität oder Büroarbeit ausübt, benötigen Sie wahrscheinlich etwa 2200 bis 2400 Kalorien pro Tag In Ihrer ersten Abnehmwoche empfehle ich Ihnen, sich bewusst für eine Kalorienzufuhr von etwa 2400 Kalorien zu entscheiden Das Gewicht weiterhin zu notieren, wie Sie es bereits in der ersten Woche etabliert haben, ist entscheidend Es ist ratsam, dies auch für den Rest Ihres Lebens beizubehalten Dies hilft sicherzustellen, dass Ihr Gewicht nach dem Abnehmen nicht unkontrolliert wieder steigt Nach Abschluss der zweiten Woche ist es wieder an der Zeit, den Durchschnitt Ihres Gewichts der vergangenen sieben Tage zu berechnen Liegt Ihr aktueller Gewichtsverlust unter 300 Gramm, essen Sie immer noch zu viele Kalorien In diesem Fall reduzieren Sie Ihre Kalorienzufuhr um 100 Kalorien und beobachten Sie Ihren Fortschritt in den nächsten sieben Tagen Wenn Sie zwischen 300 und 500 Gramm abgenommen haben, gratuliere! Sie sind auf dem richtigen Weg Halten Sie einfach weiterhin Ihre Kalorienzufuhr und den Durchschnittsgewichtsverlust auf diesem Niveau Haben Sie mehr als 500 Gramm abgenommen, kann es auf Dauer schwierig werden, dies beizubehalten Und Sie könnten möglicherweise Ermüdungserscheinungen oder andere mit einem Kaloriendefizit verbundene Ereignisse erleben In diesem Fall erhöhen Sie Ihre Kalorienzufuhr leicht Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Quartal früher oder später Ihr Ziel erreichen Von nun an ist es bei der Kalorienzufuhr immer das Gleiche Das Körpergewicht sollte idealerweise immer zum selben Zeitpunkt in derselben Situation wiegen Zum Beispiel nach dem morgendlichen Stuhlgang Nehmen Sie immer dieselbe Anzahl an Kalorien auf Rechnen Sie nach einer vergangenen Woche Ihren Durchschnittswert aus und passen Sie die Kalorienzufuhr an Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass Sie nach ein paar Wochen ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln Wie sich die Kalorienzufuhr auf Ihr Gewicht und Ihre Tagesform auswirkt Weiter werde ich in diesem Buch nicht auf Kalorien eingehen müssen, da Sie alles wissen, um abnehmen zu können Auch die Vorgehensweise wird nicht weiter erläutert, da diese zu einfach ist, um falsch gemacht zu werden Kapitel 6 Was sind Makronährstoffe? Proteine, Kohlehydrate und Fette Bei der Ernährung spielen Nährstoffe eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden Eine wichtige Gruppe von Nährstoffen sind die Makronährstoffe, die uns die notwendige Energie liefern und für den Aufbau und die Erhaltung von Gewebe und Organen unerlässlich sind In diesem Buch möchten wir uns auf die Bedeutung der Makronährstoffe konzentrieren und Ihnen auf einfache Weise erklären, was sie sind und wozu sie in unserem Körper dienen Unser Ziel ist es, Ihnen einen leicht verständlichen Einblick in dieses Thema zu geben, sodass Sie die Grundlagen verstehen und fundierte Entscheidungen über Ihre Ernährung treffen können Makronährstoffe umfassen drei Hauptbestandteile unserer Ernährung Kohlenhydrate, Proteine und Fette Wir werden uns auf verständliche Weise mit jedem dieser Makronährstoffe befassen und ihre individuellen Funktionen erklären Unser Ansatz ist es, die komplexen Informationen über Makronährstoffe auf eine zugängliche und praxisnahe Weise zu vermitteln Sie werden keine komplizierten biochemischen Prozesse oder technischen Fachbegriffe finden Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, Ihnen das Wissen zu vermitteln, das Sie benötigen, um Ihre Ernährung auf einfache Weise zu optimieren und Ihre Ziele zu erreichen Seien Sie versichert, dass Sie keine speziellen Vorkenntnisse benötigen, um von diesem Kapitel zu profitieren Egal, ob Sie ein Ernährungsneuling sind oder bereits über grundlegendes Wissen verfügen unsere Erklärungen werden Ihnen helfen, die Bedeutung der Makronährstoffe zu verstehen und sie in Ihren Alltag zu integrieren Bereiten Sie sich darauf vor, die Welt der Makronährstoffe auf einfache und praxisorientierte Weise zu entdecken Machen Sie sich bereit, Ihre Ernährungsgewohnheiten zu verbessern und ein gesundes, ausgewogenes Leben zu führen Lassen Sie uns gemeinsam die Grundlagen der Makronährstoffe erkunden und lernen, wie Sie uns dabei unterstützen können, unsere Gesundheitsziele zu erreichen Kapitel 7 Die Bedeutung von Fetten in der Ernährung Fette haben in der Ernährung oft einen schlechten Ruf, werden jedoch oft missverstanden Tatsächlich sind Fette ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung und erfüllen verschiedene lebenswichtige Funktionen im Körper In diesem Kapitel werden wir die Bedeutung von Fetten genauer betrachten und Ihnen zeigen, wie Sie Fette in Ihre Ernährung integrieren können, um Ihre Gesundheit zu unterstützen Fette gehören zu den Makronährstoffen und liefern eine konzentrierte Energiequelle Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von lang anhaltender Energie, der Aufnahme fettlöslicher Vitamine, wie Vitamin A, D, E und K, der Bildung von Zellmembranen und der Produktion von Hormonen Fette tragen auch zur Isolierung und zum Schutz unserer Organe bei und unterstützen die aufrechte Haltung einer gesunden Haut und Haare Es gibt verschiedene Arten von Fetten und es ist wichtig, die Unterschiede zwischen ihnen zu verstehen Ungesättigte Fette, wie sie in pflanzlichen Ölen, Nüssen und Avocados vorkommen, gelten als gesunde Fette Diese sollten Sie zu sich nehmen, wenn Sie medizinisch wegen Cholesterinproblemen behandelt werden Gesättigte Fette, die hauptsächlich in tierischen Produkten und einigen pflanzlichen Quellen wie Kokosöl vorkommen Auch diese Fette können Sie, wenn Sie keinerlei gesundheitlichen Probleme haben, bedenkenlos essen Anders als angenommen sind auch tierische Fette nicht schädlich Sie können sich mit Schweinenackensteaks genauso ins Grab futtern wie mit Avocados Die Menge macht das Gift und Übergewicht ist immer schädlich Transfette hingegen, die in industriell hergestellten Lebensmitteln wie Fast Food, frittierten Snacks und gebackenen Waren enthalten sind Die Fette sollten weitgehend vermieden werden, da sie das Cholesterin erhöhen und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern können Die Menge und Art der Fette in unserer Ernährung ist wichtig Es wird empfohlen, dass Fette etwa 20 bis 35 Prozent unserer täglichen Kalorienzufuhr ausmachen sollten Es ist jedoch auch wichtig, die Gesamtkalorienaufnahme im Auge zu behalten Da Fette einen höheren Kaloriengehalt pro Gramm haben als Kohlenhydrate und Proteine Eine ausgewogene Ernährung besteht aus einer Vielzahl von gesunden Fetten Wie Omega-3-Fettsäuren, die in Fischen, Leinsamen und Kiasamen gefunden werden können Um gute Fette in Ihre Ernährung einzubauen, können Sie pflanzliche Öle wie Olivenöl oder Rapsöl zum Kochen und Salatdressings verwenden Nüsse, Samen und Avocados sind ebenfalls gute Quellen für Omega-3-Fette Achten Sie jedoch auf Portionsgrößen, da Fette einen hohen Kaloriengehalt haben Trotzdem haben Sie keine Angst vor dem Fett Kapitel 8 Die Bedeutung von Kohlenhydraten in der Ernährung Kohlenhydrate sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung und dienen als eine Quelle für Energie Früher wurde angenommen, dass Kohlenhydrate der bevorzugte Brennstoff für den Körper sind Jedoch hat die aktuelle Forschung gezeigt, dass Fette ebenfalls eine wichtige Rolle als Energielieferant spielen In diesem Kapitel werden wir die Bedeutung von Kohlenhydraten genauer betrachten und Ihnen zeigen, wie Sie sie in Ihre Ernährung integrieren können, um Ihre Gesundheit zu unterstützen Kohlenhydrate sind eine Form von Makronährstoffen und werden im Körper zu Glucose abgebaut, um Energie bereitzustellen Sie sind vor allem in Lebensmitteln wie Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse enthalten Wenn wir Kohlenhydrate konsumieren, werden sie im Verdauungstrakt in Zucker, Glucose umgewandelt und gelangen dann ins Blut, um von den Zellen als Energiequelle genutzt zu werden Es ist wichtig zu beachten, dass Kohlenhydrate nicht der einzige Brennstoff für den Körper sind Tatsächlich kann der Körper auch Fett als Energiequelle verwenden Fette werden im Körper gespeichert und bei Bedarf zur Energiegewinnung abgebaut Dies geschieht insbesondere bei körperlichen Aktivitäten mit niedriger bis moderater Intensität Die Wahl der Kohlenhydrate ist entscheidend für eine gesunde Ernährung Es wird empfohlen, sich auf komplexe Kohlenhydrate zu konzentrieren, die in Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten vorkommen Diese liefern nicht nur Energie, sondern enthalten auch Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, die für eine optimale Gesundheit wichtig sind Vermeiden sie den übermäßigen Konsum von einfachen Kohlenhydraten wie zugesetztem Zucker da sie schnell verdaut werden und den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen können Es gibt auch Ernährungsmethoden, bei denen der Kohlenhydratkonsum auf ein Minimum reduziert wird oder sogar ganz vermieden wird, wie zum Beispiel bei der ketogenen Diät Bei dieser Ernährungsmethode wird der Körper in einen Zustand der Ketose versetzt in dem er hauptsächlich Fett als Energiequelle nutzt, da Kohlenhydrate stark begrenzt sind Obwohl solche kohlenhydratarmen oder kohlenhydratfreien Ernährungsansätze existieren ist es wichtig zu beachten, dass eine ausgewogene Ernährung in der Regel eine moderate Aufnahme von Kohlenhydraten beinhaltet Kohlenhydrate spielen eine wichtige Rolle für die Energieversorgung, die Gehirnfunktion und die allgemeine Gesundheit Hier sind einige Beispiele für einfache Kohlenhydratlebensmittel, die schnell verdaut werden und einen schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels verursachen können 1. Weißbrot, Weißmehlprodukte und Gebäck 2. Süßigkeiten, Schokolade und zuckerhaltige Getränke 3. Fruchtsäfte und Limonaden 4. Sirup und Honig 5. Marmelade und süße Aufstriche 6. Desserts wie Eiscreme und Pudding 7. Zuckerhaltige Frühstücksflocken und Müsli-Riegel 8. Energydrinks und Sportgetränke 9. Süße Joghurts und Quarkspeisen Bitte beachten Sie, dass diese Lebensmittel moderat konsumiert werden sollten, um eine gesunde Ernährung zu unterstützen Kapitel 9 Die Bedeutung von Protein in der Ernährung Proteine sind essentielle Makronährstoffe, die eine wichtige Rolle in unserem Körper spielen Sie dienen als Bausteine für Zellen, Gewebe und Organe und sind entscheidend für viele lebenswichtige Funktionen In diesem Kapitel werden wir uns mit Proteinen befassen und ihre Bedeutung für eine gesunde Ernährung verstehen Proteine bestehen aus Aminosäuren, die für den Körper unentbehrlich sind Es gibt insgesamt 20 verschiedene Aminosäuren, von denen 9 als essentielle Aminosäuren bezeichnet werden, da der Körper sie nicht selbst herstellen kann und sie daher über die Nahrung aufgenommen werden müssen Indem wir proteinreiche Lebensmittel konsumieren, stellen wir sicher, dass unser Körper mit den erforderlichen Aminosäuren versorgt wird Proteine erfüllen verschiedene wichtige Funktionen im Körper Sie sind am Aufbau und Erhalt von Muskeln, Knochen, Haut, Haaren und Nägeln beteiligt Proteine spielen auch eine Rolle bei der Bildung von Enzymen, Hormonen und Antikörpern, die für den Stoffwechsel und das Immunsystem wichtig sind Darüber hinaus tragen Proteine zur Aufrechterhaltung und Reparatur von Gewebe B und können auch als Energiequelle dienen, wenn andere Quellen knapp sind Es ist wichtig, eine ausreichende Menge an hochwertigen Proteinen in unsere Ernährung einzubeziehen Quellen für proteinreiche Lebensmittel sind unter anderem Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen Die empfohlene Proteinzufuhr variiert je nach Alter, Geschlecht, körperlicher Aktivität und individuellen Zielen Dazu werden Sie viele Zahlen hören, wie viel Gramm Protein auf wie viel Kilogramm pro Körpergewicht Sie zu sich nehmen sollten Ich sage Ihnen gleich 0,8 Gramm Protein auf einen Kilogramm Körpergewicht ist lächerlich Vergessen Sie diese Aussage genau wie 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht Um die 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist völlig in Ordnung und für die allermeisten komplett ausreichend Bedenken Sie, wir haben die Proteinen als Bausteine für den Körper betrachtet Durch den Konsum proteinreicher Lebensmittel können wir sicherstellen, dass unser Körper mit den erforderlichen Aminosäuren versorgt wird und wichtige Funktionen erfüllt werden Im nächsten Kapitel werden wir uns mit einem weiteren wichtigen Aspekt der Ernährung befassen Den Mikronährstoffen Kapitel 10 Mikronährstoffe Die kleinen Helfer für unsere Gesundheit Mikronährstoffe sind Vitamine und Mineralstoffe, die in kleinen Mengen in unserer Ernährung vorkommen Aber dennoch eine große Bedeutung für unsere Gesundheit haben Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Stoffwechselprozessen Der Aufrechterhaltung eines starken Immunsystems und der Förderung des allgemeinen Wohlbefindens Vitamine sind organische Verbindungen, die in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen Und essenziell für eine Vielzahl von Funktionen im Körper sind Sie sind wichtig für das reibungslose Funktionieren des Immunsystems Die Energieproduktion, die Zellteilung, die Wundheilung und die Unterstützung des Nervensystems Zu den bekannten Vitaminen gehören Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E und verschiedene B-Vitamine Mineralstoffe sind anorganische Substanzen, die in unterschiedlichen Mengen in Lebensmitteln enthalten sind Und für verschiedene Körperfunktionen unerlässlich sind Sie sind unter anderem wichtig für den Aufbau und die Stärkung von Knochen und Zähnen Die Regulation des Wasserhaushalts, die Muskelkontraktion und die Funktion von Enzymen Beispiele für Mineralstoffe sind Calcium, Eisen, Magnesium, Zink und Kalium Eine ausgewogene Ernährung, die reich an einer Vielfalt von frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchten und Nüssen ist Stellt in der Regel eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen sicher Es kann jedoch in einigen Fällen sinnvoll sein, bestimmte Mikronährstoffe gezielt zu ergänzen Insbesondere bei eispezifischen Bedürfnissen oder Mangelzuständen Kapitel 11 Wasser Die Quelle des Lebens und gesundes Trinkverhalten Wasser ist eine der wichtigsten Substanzen für unseren Körper und spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit Es ist für nahezu alle Körperfunktionen unerlässlich und unterstützt den Stoffwechsel, die Verdauung, die Regulierung der Körpertemperatur und den Transport von Nährstoffen Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist von großer Bedeutung, um unseren Körper optimal zu unterstützen Die Empfehlungen für die tägliche Wasserzufuhr können variieren, aber im Allgemeinen wird empfohlen mindestens 8 Gläser, ca. 2 Liter Wasser pro Tag zu trinken Bei erhöhter körperlicher Aktivität, Hitze oder anderen Faktoren, die zu einer erhöhten Flüssigkeitsausscheidung führen, sollte die Wasserzufuhr entsprechend angepasst werden Es ist wichtig, auf ein gesundes Trinkverhalten zu achten Hier sind einige Tipps, um dies zu erreichen 1. Trinken Sie regelmäßig Stellen Sie sicher, dass Sie über den Tag verteilt regelmäßig kleine Mengen Wasser trinken, anstatt große Mengen auf einmal zu konsumieren 2. Hören Sie auf Ihren Durst Unser Körper sendet Durstsignale aus, um uns mitzuteilen, dass wir Flüssigkeit benötigen Achten Sie auf diese Signale und reagieren Sie entsprechend, um eine ausreichende Hydratation sicherzustellen 3. Wählen Sie Wasser als Hauptgetränk Wasser ist die beste Wahl, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken Vermeiden Sie zuckerhaltige Getränke wie Limonaden, Fruchtsäfte und Energydrinks, da Sie zusätzliche Kalorien liefern können 4. Berücksichtigen Sie individuelle Bedürfnisse Schwangere Frauen, stillende Mütter, ältere Menschen und Personen, die bestimmte medizinische Bedingungen haben, können spezifische Flüssigkeitsanforderungen haben Konsultieren Sie in solchen Fällen am besten einen Arzt oder Ernährungsberater 5. Variation in der Flüssigkeitszufuhr Neben Wasser können auch ungesüßte Kräutertees, verdünnte Fruchtsäfte und Wasser mit einem Spritzer Zitrone oder Gurke als Abwechslung in der Flüssigkeitszufuhr dienen Eine ausreichende Hydratation ist entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden Indem wir auf unser Trinkverhalten achten und eine angemessene Menge an Wasser konsumieren Unterstützen wir unseren Körper bei seinen Funktionen und tragen zu einem gesunden Lebensstil bei Kapitel 12 Ballaststoffe Die unterschätzten Helfer für eine gesunde Verdauung Ballaststoffe, die in pflanzlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Nüssen vorkommen sind wesentlich für eine gesunde Verdauung Sie fördern den regulären Stuhlgang und verhindern Verstopfung Zudem helfen sie dabei, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl zu erzeugen Ballaststoffe unterstützen die Darmgesundheit, indem sie Wasser binden und das Stuhlvolumen vergrößern Dies erleichtert die Bewegungen des Darms Sie verlangsamen die Aufnahme von Zucker ins Blut, was Blutzuckerspitzen verhindern und das Diabetesrisiko senken kann Darüber hinaus tragen Ballaststoffe zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl BA und unterstützen somit das Gewichtsmanagement Eine ballaststoffreiche Ernährung beinhaltet Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte Eine tägliche Aufnahme von etwa 25 bis 30 Gramm Ballaststoffen wird empfohlen Um Verdauungsbeschwerden zu vermeiden, sollte die Ballaststoffzufuhr schrittweise gesteigert werden Ausreichend Wasser zu trinken ist ebenfalls wichtig, da Ballaststoffe Wasser binden Ballaststoffe sind essentiell für unsere Gesundheit und sollten in unserer Ernährung einen festen Platz haben Kapitel 13 Eine gesunde Essgewohnheit für Wohlbefinden und Energie auch beim Abnehmen Eine gesunde Essgewohnheit umfasst die Etablierung von drei ausgewogenen Hauptmahlzeiten am Tag Frühstück, Mittagessen und Abendessen Statt zwischendurch Snacks zu essen, ist es empfehlenswert, zwischen den Mahlzeiten mindestens fünf Stunden vergehen zu lassen Diese Struktur der Mahlzeiten ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Nahrungsaufnahme und fördert eine gesunde Verdauung Warum ist es wichtig, zwischen den Mahlzeiten ausreichend Zeit zu lassen? Wenn wir kontinuierlich Snacks oder kleine Mahlzeiten zu uns nehmen, haben wir kaum die Möglichkeit, die vollständige Verdauung der vorherigen Mahlzeit abzuschließen Dies kann zu Verdauungsbeschwerden, einem unausgeglichenen Blutzuckerspiegel und einem gestörten Hunger- und Sättigungsgefühl führen Indem wir uns auf drei ausgewogene Hauptmahlzeiten konzentrieren, haben wir die Möglichkeit, uns bewusst mit nährstoffreichen Lebensmitteln zu versorgen und uns ausreichend Zeit für eine angemessene Verdauung zu geben Die Mahlzeiten sollten eine ausgewogene Kombination aus Protein, Kohlenhydraten und gesunden Fetten enthalten, um eine lang anhaltende Sättigung und eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten Die fünfstündige Pause zwischen den Mahlzeiten ermöglicht es unserem Körper, die Nahrung vollständig zu verdauen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und die Energiereserven effizient zu nutzen Zudem können wir auf diese Weise besser erkennen, ob wir tatsächlich Hunger haben oder ob es sich um einen emotionalen oder reinen Verlangen handelt Indem wir uns bewusst für eine gesunde Essgewohnheit entscheiden, geben wir unserem Körper die nötige Zeit für eine optimale Verdauung und sorgen für eine ausgewogene Nahrungsaufnahme Es ist wichtig, die drei Hauptmahlzeiten mit hochwertigen und ausgewogenen Lebensmitteln zu gestalten und zwischen den Mahlzeiten eine Pause von mindestens fünf Stunden einzulegen Auf diese Weise können wir unser Wohlbefinden steigern, die Energielevels stabil halten und eine gesunde Beziehung zum Essen entwickeln In den Pausen zwischen den Mahlzeiten sind nur Wasser, reiner Tee und Kaffee erlaubt Diese Getränke können den Durst löschen und helfen, das Verlangen nach Snacks zu reduzieren Um meine Mahlzeiten besser zu strukturieren, habe ich mir drei feste Zeiten am Tag ausgesucht Früh um 6 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 18 Uhr Zu diesen festgelegten Zeiten habe ich meine Mahlzeiten eingenommen Diese Routine half mir, meinen Hunger und meine Sättigung besser zu kontrollieren und meine Essgewohnheiten bewusster zu gestalten Indem ich mich auf diese drei festen Mahlzeiten konzentrierte, hatte ich eine klare Struktur in meinem Essverhalten Die Pausen zwischen den Mahlzeiten ermöglichten es mir, meine Nahrungsaufnahme bewusster wahrzunehmen und meinem Körper ausreichend Zeit für die Verdauung zu geben Es half mir auch, mein Verlangen nach Snacks oder unkontrolliertem Naschen zu reduzieren Diese Festlegung von bestimmten Essenszeiten und die Beschränkung der erlaubten Getränke zwischen den Mahlzeiten auf Wasser, reiner Tee und Kaffee waren Teil meiner gesunden Essgewohnheit und halfen mir, eine ausgewogene Ernährung und ein besseres Körpergefühl zu erreichen Kapitel 14 Die optimale Mahlzeitenstruktur für ein gesundes Gewicht Eine wichtige Komponente für ein gesundes Gewicht ist die richtige Verteilung der Mahlzeiten über den Tag Indem wir unsere Mahlzeiten strategisch planen, können wir unseren Stoffwechsel und unsere Energiebalance unterstützen Ein Schlüsselprinzip ist es, die größte Mahlzeit des Tages am Morgen einzunehmen Zu dieser Zeit kann unser Körper Kohlenhydrate effizienter nutzen und die zugeführte Energie für den Tag nutzen Eine ausgewogene Mahlzeit zum Frühstück, bestehend aus Vollkornprodukten, Obst, proteinreichen Lebensmitteln und gesunden Fetten Gibt uns einen Energieschub und hilft uns, den Tag aktiv zu beginnen Im Laufe des Tages sollten die Kohlenhydrataufnahme allmählich reduziert werden Die Mittagsmahlzeit kann immer noch eine moderate Menge an Kohlenhydraten enthalten Aber es ist ratsam, vermehrt auf Vollkornprodukte und komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen Gleichzeitig sollten proteinreiche Lebensmittel wie mageres Fleisch, Fisch oder pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte und Tofu langsam an Bedeutung gewinnen Dies fördert eine lang anhaltende Sättigung und unterstützt den Muskelaufbau Abends ist es empfehlenswert, die Kohlenhydratzufuhr zu reduzieren In dieser Zeit benötigt unser Körper weniger Energie und eine leichtere Mahlzeit mit einer Betonung auf proteinreichen Lebensmitteln und Gemüse ist vorteilhaft Durch den Verzicht auf kohlenhydratreiche Lebensmittel am Abend kann der Körper effizienter auf seine Fettreserven zugreifen Diese Art der Mahlzeitenstruktur kann dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, den Stoffwechsel anzukurbeln und das Gewichtsmanagement zu unterstützen Es ist wichtig zu beachten, dass individuelle Bedürfnisse variieren können und es ratsam ist, auf den eigenen Körper zu hören und die Mahlzeiten entsprechend anzupassen Letztendlich geht es darum, eine ausgewogene Ernährung zu fördern, bei der die Hauptnährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette in angemessenen Mengen verteilt werden Indem wir uns auf eine gesunde Mahlzeitenstruktur konzentrieren, können wir unseren Körper optimal mit Nährstoffen versorgen und zu einem gesunden Gewicht beitragen Mit den Informationen, die wir bisher behandelt haben, wissen Sie nun, was der durchschnittliche Mensch benötigt, um erfolgreich Gewicht zu verlieren Kalorienkontrolle, ausgewogene Nährstoffaufnahme und bewusste Ernährung bilden die Grundlage für einen gesunden Gewichtsverlust Jeder ist einzigartig, daher gibt es verschiedene Ansätze, die individuell funktionieren können Nutzen Sie dieses grundlegende Wissen als Ausgangspunkt, um Ihre eigenen Ziele zu erreichen Seien Sie geduldig, passen Sie Ihre Ernährung an und bleiben Sie fokussiert Veränderungen brauchen Zeit, aber Sie haben die Werkzeuge, um erfolgreich zu sein Vertrauen Sie in sich selbst und setzen Sie Ihr neues Wissen um Sie haben alles, was Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen Kapitel 15 Bewegung und aktive Pausen Ein erster Überblick In diesem Kapitel werden allgemeine Tipps zur Bedeutung von Bewegung und aktiven Pausen gegeben Regelmäßige körperliche Aktivität ist entscheidend für einen gesunden Lebensstil und Gewichtsverlust Wählen Sie eine Aktivität, die Ihnen Spaß macht, wie zum Beispiel Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Fitnesskurse Beginnen Sie mit moderater Intensität und steigern Sie diese nach und nach Zu wenig Bewegung im Alltag, insbesondere bei sitzender Tätigkeit im Büro, kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben Langsames Stoffwechseltempo, Muskelverspannungen, Rückenschmerzen und eine geringere Energiebilanz sind einige mögliche Folgen Durch regelmäßige Bewegungspausen während der Arbeit können Sie diesen negativen Auswirkungen entgegenwirken Nun wollen wir einen kleinen Einblick in das Thema Sport geben Sportliche Aktivitäten wie Ausdauertraining, Krafttraining und Funktionsübungen bieten eine Vielzahl von Vorteilen für die Gesundheit und das Abnehmen Für den Einstieg in ein aktives Leben können Sie zunächst mit einfachen Aktivitäten beginnen, wie zum Beispiel tägliche Spaziergänge oder Fahrradfahren Setzen Sie sich realistische Ziele und erhöhen Sie nach und nach Ihre Intensität und Dauer Es ist wichtig, dass Sie eine Sportart finden, die Ihnen Spaß macht und die Sie motiviert, regelmäßig aktiv zu sein Diese Tipps bieten einen ersten Überblick, wie Sie Bewegung in Ihren Alltag integrieren können In den folgenden Kapiteln werden detailliertere Informationen und spezifische Übungen vorgestellt, um Ihnen bei der Umsetzung eines individuellen Trainingsplans zu helfen Kapitel 16 Ausdauersport Steigern Sie Ihre Fitness und verbrennen Sie Kalorien Ausdauersport ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Fitness zu verbessern, Kalorien zu verbrennen und Ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern Es gibt verschiedene Formen von Ausdauersport, wie Laufen, Radfahren, Schwimmen und Walken, aus denen Sie wählen können In diesem Kapitel werden grundlegende Informationen und Tipps zu Ausdauersportarten vorgestellt Der Hauptvorteil von Ausdauersport ist die Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktion Durch regelmäßiges Training erhöhen Sie Ihre Ausdauer, stärken Ihr Herz und verbessern die Sauerstoffversorgung in Ihrem Körper Dies führt zu einer besseren allgemeinen Fitness und erhöhter Energie Eine weitere positive Wirkung von Ausdauersport ist die Fettverbrennung Durch die kontinuierliche Bewegung über einen längeren Zeitraum hinweg erhöht sich der Energieverbrauch, wodurch vermehrt Fettreserven als Energiequelle genutzt werden Dies kann zu einer Gewichtsreduktion beitragen, wenn Sie Ihr Training regelmäßig durchführen und eine gesunde Ernährung beibehalten Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Ausdauersport auf lange Sicht nur begrenzt Muskulatur aufbaut und den Kalorienverbrauch im Ruhezustand nicht maßgeblich erhöht Wenn Ihr Ziel darin besteht, Muskeln aufzubauen und Ihren Stoffwechsel anzukurbeln, ist Krafttraining eine bessere Wahl Durch gezieltes Training mit Gewichten können Sie Muskelmasse aufbauen, was wiederum Ihren Kalorienverbrauch erhöht, selbst in Ruhephasen Dennoch ist Ausdauersport eine wertvolle Ergänzung zu einem ganzheitlichen Fitnessprogramm Es verbessert Ihre Ausdauer, stärkt Ihr Herz-Kreislauf-System und hilft Ihnen dabei, Kalorien zu verbrennen und Gewicht zu verlieren Wenn Sie Ihre Fitnessziele erreichen möchten, kombinieren Sie Ausdauersport mit Krafttraining für sehr gute Ergebnisse Kapitel 17 Kraftsport Steigern Sie Ihre Stärke und Ihren Stoffwechsel Kraftsport umfasst verschiedene Arten von körperlicher Aktivität, die darauf abzielen, die Muskelkraft und Muskelmasse zu erhöhen Im Folgenden werden wir Ihnen einige beliebte Kraftsportarten vorstellen 1. Handeltraining Das Training mit Handeln bietet eine vielseitige Möglichkeit, verschiedene Muskelgruppen zu trainieren und Kraft aufzubauen Übungen wie Bizeps Curls, Bankdrücken und Seitheben sind Beispiele für Handelübungen, die Ihnen helfen können, Muskelmasse aufzubauen 2. Maschinentraining Fitnessgeräte in Fitnessstudios bieten eine sichere und effektive Möglichkeit, Muskelkraft aufzubauen Mit Geräten können Sie bestimmte Muskelgruppen isoliert trainieren und die Gewichte an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen 3. Körpergewichtstraining Bei dieser Art des Krafttrainings werden Übungen durchgeführt, die auf dem eigenen Körpergewicht basieren, wie Liegestütze, Klimmzüge und Ausfallschritte Körpergewichtstraining ist praktisch, da es fast überall durchgeführt werden kann Und es erfordert keine speziellen Geräte oder Gewichte Es ist wichtig zu beachten, dass der Kraftsport nicht nur aus diesen spezifischen Aktivitäten besteht sondern auch aus verschiedenen Übungen und Trainingsmethoden, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind Durch regelmäßiges Krafttraining können Sie nicht nur Ihre Muskelkraft und Größe erhöhen, sondern auch Ihren Stoffwechsel langfristig verbessern Dies bedeutet, dass Ihr Körper auch in Ruhephasen mehr Kalorien verbrennt, da Muskeln energieintensiver sind als Fettgewebe Es ist jedoch wichtig, das Krafttraining mit anderen Formen von körperlicher Aktivität, wie Ausdauersport zu kombinieren, um Ihre allgemeine Fitness zu verbessern Zudem sollten Sie Ihre Krafttrainingseinheiten nach den Prinzipien der progressiven Überladung gestalten indem Sie regelmäßig die Intensität, das Gewicht oder die Wiederholungszahlen steigern, um weiterhin Fortschritte zu erzielen Denn es ist wichtig zu wissen, dass ein Kraftmuskel durch Training geschaffen werden kann Aber ein Ausdauermuskel muss durch einen Kraftmuskel durch Training umgeformt werden Ein sehr gutes Beispiel ist, sieht man daran, dass es keine muskulösen Marathonläufer gibt und keine schmächtigen Gewichtheber Das beste Beispiel für die Kombination von Ausdauer und Kraftsport sind Menschen, die sich Sportarten wie Crossfit und Freeletics widmen Diese Leute weisen optische Attribute beider Welten auf Kapitel 18 Funktionales Training Ganzkörperfitness für den Alltag Funktionales Training hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen und konzentriert sich darauf, die Bewegungsmuster und Kraft für alltägliche Aktivitäten zu verbessern Es zielt darauf ab, nicht nur isolierte Muskeln, sondern den gesamten Körper als funktionale Einheit zu trainieren Hier sind einige Merkmale und Vorteile des funktionalen Trainings 1. Ganzkörpertraining Im funktionalen Training werden Bewegungen ausgeführt, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig einbeziehen Dadurch wird der gesamte Körper gestärkt und die funktionelle Fitness verbessert 2. Alltagsrelevante Bewegungen Funktionales Training simuliert Bewegungen, die Sie in Ihrem täglichen Leben ausführen Wie das Heben schwerer Gegenstände, das Tragen von Einkaufstüten oder das Bewegen von Möbeln Dadurch verbessern Sie Ihre körperliche Leistungsfähigkeit und Funktionalität im Alltag 3. Korstabilität Ein wichtiger Fokus beim funktionalen Training liegt auf der Stärkung der Rumpfmuskulatur, einschließlich der Bauchmuskeln, des Rückens und der Hüften Eine starke Kormuskulatur verbessert die Körperstabilität, Haltung und Bewegungskontrolle 4. Verbesserung der Beweglichkeit und Flexibilität Funktionales Training beinhaltet oft Übungen, die die Beweglichkeit und Flexibilität fördern Dies ist wichtig, um Verletzungen vorzubeugen und eine optimale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten 5. Sportliche Leistungsfähigkeit Das Training der Bewegungsmuster im funktionalen Training kann sich auch positiv auf Ihre sportliche Leistung auswirken Durch die Verbesserung von Kraft, Schnelligkeit, Balance und Koordination können Sie Ihre Leistung in verschiedenen Sportarten steigern Es ist wichtig, funktionales Training unter Anleitung eines qualifizierten Trainers durchzuführen, um die richtige Technik zu erlernen und Verletzungen zu vermeiden Es gibt verschiedene Übungen und Trainingsgeräte, die im funktionalen Training eingesetzt werden Wie beispielsweise Kettlebells, Medizinbälle, Schlingentrainer, TRX und Balancetrainer Funktionales Training kann eine vielseitige und effektive Methode sein, um Ihre körperliche Fitness zu verbessern und Ihre alltäglichen Aktivitäten zu erleichtern Kapitel 19 Ganzheitliches Training Die Vorteile einer vielseitigen Trainingsroutine Ein ausgewogenes und ganzheitliches Training beinhaltet nicht nur eine Art von Training, sondern kombiniert verschiedene Trainingsmethoden, um maximale Ergebnisse zu erzielen Hier sind einige Gründe, warum es besser ist, alle drei Arten von Training in Ihre Routine einzubeziehen 1. Synergistische Effekte Jede Art von Training hat Ihre eigenen Vorteile und kann verschiedene Aspekte Ihrer Fitness verbessern Ausdauertraining verbessert Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit und Ausdauer, während Krafttraining Ihre Muskelkraft und Masse erhöht Funktionales Training verbessert Ihre Bewegungsmuster und funktionale Fitness Durch die Kombination aller drei Arten von Training können sich Ihre Vorteile gegenseitig ergänzen und synergistische Effekte erzeugen 2. Vermeidung von Überlastung und Verletzungen Durch die Abwechslung der Trainingsarten können Sie die Belastung auf bestimmte Muskeln und Gelenke verringern und so Überlastungsschäden und Verletzungen vorbeugen Indem Sie Ihre Trainingsbelastung auf verschiedene Muskelgruppen und Körpersysteme verteilen, ermöglichen Sie Ihrem Körper eine angemessene Erholung und minimieren das Risiko von Verletzungen 3. Langfristige Motivation Indem Sie verschiedene Arten von Training in Ihre Routine integrieren, bleibt Ihr Training abwechslungsreich und interessant Dies kann dazu beitragen, dass Sie motiviert bleiben und langfristig am Ball bleiben Die Vielfalt im Training hilft Ihnen auch dabei, Plateaus zu überwinden und kontinuierliche Fortschritte zu erzielen Es ist wichtig, Ihr Training an Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Fitnesslevel anzupassen Eine ausgewogene Kombination aus Ausdauer, Kraft und funktionalem Training kann Ihnen helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen und eine optimale körperliche Leistungsfähigkeit zu erlangen Kapitel 20 Mein Trainingsansatz Einblick in meine persönliche Trainingsroutine In diesem Kapitel möchte ich Ihnen einen Einblick geben, wie ich damals meine Trainingsroutine begonnen habe Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel ist und jeder Mensch individuelle Bedürfnisse und Ziele hat Hier war mein Einstieg in das Training Zu Beginn meiner Fitnessreise habe ich mich für eine einfache und zugängliche Trainingsroutine entschieden Meine wöchentliche Trainingsplanung sah wie folgt aus Erstens, Montag, lockeres Joggen, Seilspringen und manchmal konzentriertes Schwimmen Ich begann die Woche mit einer Kombination aus lockeren Joggingeinheiten, Seilspringen und konzentriertem Schwimmen Das Laufen ermöglichte es mir, meinen Körper in Bewegung zu bringen und meine Ausdauer langsam aufzubauen Das Seilspringen bot eine effektive Möglichkeit, meine Herz-Kreislauf-Fitness zu verbessern Während das konzentrierte Schwimmen, welches ich sporadisch ausübte, meine Muskeln aktiviert und meinen Körper gleichzeitig sanft belastet Zweitens, Mittwoch Ganzkörperkrafttraining mit Grundübungen im 3MA-10-System Mittwochs legte ich den Fokus auf ein Ganzkörperkrafttraining mit grundlegenden Übungen wie Squats, Kniebeugen, Deadlifts, Kreuzheben, Benchpress, Bankdrücken, Shoulderpress, Schulterdrücken und Rows, Rudern Ich strukturierte mein Training nach dem 3MA-10-System Das bedeutet, dass ich für jede Übung drei Sätze mit jeweils zehn Wiederholungen absolvierte Dies half mir, meine Muskeln zu stärken und mein Kraftniveau allmählich zu steigern Drittens, Freitag Funktionales Training, Dehnübungen und spielerische Elemente Als Handwerker war es für mich wichtig, auch funktionales Training in meine Routine einzubeziehen Ich fokussierte mich auf Bewegungen, die mir im Alltag viel abverlangten Wie beispielsweise Kniebeugen, Ausfallschritte und das Heben schwerer Lasten mit korrekter Technik Zusätzlich integrierte ich Dehnübungen, um meine Beweglichkeit zu verbessern und Verletzungen vorzubeugen Um den Trainingsspaß zu steigern, probierte ich auch spielerische Elemente wie das Üben von Kopfstand oder anderen Balanceübungen aus Es ist wichtig zu betonen, dass dies mein persönlicher Einstieg in das Training war, basierend auf meinen Bedürfnissen als Handwerker Jeder Mensch hat unterschiedliche Voraussetzungen und sollte sein Training an seine individuellen Bedürfnisse anpassen Beginnen Sie immer mit einer angemessenen Intensität und steigern Sie diese allmählich, um Verletzungen zu vermeiden Wenn Sie sich unsicher sind oder weitere Unterstützung benötigen, empfehle ich Ihnen, sich von einem Fachexperten beraten zu lassen Ein professioneller Trainer oder Fitnessexperte kann Ihnen helfen, einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Trainingsplan zu erstellen und Sie bei Ihrem Fitnessziel zu unterstützen Schlusswort Gehen Sie Ihren eigenen Weg zu einem gesunden und aktiven Leben Herzlichen Glückwunsch! Sie haben dieses Buch bis zum Ende gelesen bzw. gehört und wertvolle Informationen erhalten, um Ihre Gesundheit zu verbessern Jetzt liegt es an Ihnen, die Erkenntnisse in die Tat umzusetzen Denken Sie daran, dass jeder Mensch einzigartig ist und eigene Ziele und Bedürfnisse hat Finden Sie heraus, was für Sie funktioniert und nehmen Sie kleine Schritte in Richtung eines gesunden Lebensstils Seien Sie geduldig mit sich selbst und lassen Sie sich nicht entmutigen Jeder Fortschritt zählt, egal wie klein er ist Umgeben Sie sich mit unterstützenden Menschen und teilen Sie Ihre Erfolge mit Ihnen Setzen Sie realistische Ziele, hören Sie auf Ihren Körper und geben Sie ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient Ihre Gesundheit ist wichtig, also machen Sie den ersten Schritt und bleiben Sie dran Alles Gute auf Ihrem Weg zu einem gesunden und aktiven Lebensstil Euer Graf von Falkenstein